Hallo, ihr Bugis da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survive auf meinem Kanal und aufs Zartanichs Kanal, die erste Runde. Wir treffen uns am Spawn direkt einfach. Lauf! Ja, würde ich auch sagen, wo bist du denn? Ah ja, hier, hi, 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 da hinten in den Wald, genau. Genau, 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 lauf! Oh, Game & Buggy Team! Schreiben die irgendwie jede Runde am Anfang. Wahnsinn! Der Typ, der will zwar von dir eben einen Screenshot haben, aber will jetzt mit mir Team machen, wenn... Ja, der... Oh, Junge! Nein, ich wollte den Jäger wählen, scheiße, hab ich vergessen, jetzt bin ich immer noch Minenarbeiter, aber na egal. Oh, ich hab gar keins gewählt! Nicht Horst. Richtig, Horst. Oh lol, wie viele Leute sind? Ja, das hab ich auch so gerade gemerkt. Ähm, wir gehen einfach erstmal ein bisschen weg. Aber ich hol mir kurz Stein hier, auch wenn hier kein Stein ist. Scheiße, hier ist gar kein Stein an der Oberfläche. Hier aber. Da ist, ja, 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 hier vorne. Hast du genug Holz? Achtung, hier ist ein Typ, ne? Okay, 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 okay. Ich hab Holz, ich mach grad ne Werkbank. Und stickt. Beide dich, beide dich, beide dich, beide dich. Ich werf dir schon mal zwei zu. So. Ich hab das nicht bekommen. Ah, da jetzt. Okay, Schwert hab ich schon mal. Hab Schwert da. Da. Hab schon, ah, ich glaub mal zwei Schwert gehauen. Bäh, 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 egal. Auch nicht so schlimm. Okay, komm jetzt erstmal hier drauf. Warte, ich mach noch Quadner. Ah, okay. Oh, mir fehlt jetzt ein Stein. Scheiße. Warte mal, ich werf dir einen zu. Warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich wollte mir nämlich noch ne Hacke direkt mitmachen. Oh ja, danke. Oh ja, klar, klar. So, jetzt haben wir alles. Ich baue die Werkbank mal wieder ab. Ich hab genug Holz, egal. Okay, lass hier raus, da sehe ich nämlich zwei Spielernamen. Die werden wir uns direkt mal snacken. Hast du irgendwie ne Special Hacke oder so? Genau, Effizienz 2 Spitzhacke. Hier ist ein Schwein. Ah ja. Das Schwein trafen wir uns. Ich weiß schon wieder nicht, wo du bist. Ich bin in den Wald reingelaufen. Ah, ich bin, ich bin da runtergerannt. Oh, da unten, ne, ist einer. Ja. Super Gurke 6. Den holen wir uns. Oh, nimm. Boah. Jawohl, der hatte noch fünf Enderperlen. Genau, der hatte das Kit Teleporter. Du hast, stimmt, ja. Ich hab keinen Kit, deswegen hab ich jetzt mittlerweile einen Kit. Und bereit darüber unterhalten, welches Kit du jetzt wählen sollst. Ja. Oh, ich dachte, du stirbst einfach neben mir. So an einem Blitz oder so. Oh, hier, das Tier, das kann ein Spieler sein. Mach's aber nicht. Ist es aber nicht. Ich krieg das. Ich, aber die Items und die Experience. Geil, 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 geil. Nee, ich hab das Item eingesammelt. Da ist eine Mine, also eine Höhle. So. Oh, das ist immer schön. Wollen wir da runter springen einfach? Schaffen wir, ne? YOLO? Jo. Natürlich. Ja, ein Eisen, schon mal geil. Oh, hier ist Map-Ende. Oh, fuck up. Oh, natürlich wieder super. Super Idee, Jonas. Echt toll. Ja, das ist ein Schulte. Ich bin halt echt scheiße. Oh, das sind voll die Grafik-Bugs gewesen da. Voll dunkel gewesen. Ja, bei mir auch. Warte mal, hier ist aber noch eine Höhle. Kann Pilze mitnehmen hier. Ja, hier ist eine Höhle. Perfekt. Oh, super geil. Ich hab genug Essen erstmal. Wenn wir das brennen, dann sollten wir keine Essen-Probleme bekommen. Äh, ich hab auch noch hier Essen. Wow. Warst du das? Nein. Also das... Mit dem Schaden? Ja, das war echt, das war echt, das war echt. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Ähm, du hast eine Workbench? Ja, sogar zwei. Ich schmeiß mal eine runter. Oh, das ist nett. Oh, hier unten. Warte mal, lass uns hier mal so einen Hauptquartier einrichten, ja? Hä? Ja, das ist, glaub ich, gar nicht mehr so dumm. Jetzt hab ich hier keine bekommen, oder wat? Ich hab hier keine bekommen. Die ist doch hier runtergefallen, oder nicht? Die Werkbank, da unten. Ich hab sie jetzt. Auf dem Block, war die. Dann richten wir uns hier so ein kleines, feines Hauptquartier ein. Das Gute ist, ein Kohle-Farm, das gibt ja gleichzeitig noch Experience. Das stimmt allerdings. Aber ich glaub nicht, dass wir es schaffen, uns eine Enchanting-Table zu machen. Ähm, aber beim, hier Dings, beim Feast. Also beim Festmahl. Ah ja, stimmt. Oh, ich hab noch kein einziges Eisen gefunden. Hier ist nochmal ein bisschen Kohle. Ich strip mein hier auch mal ein bisschen rum. Perfekt, richtig viel Eisen. Bisschen weiter nach unten gehen. Ne, also, ich würd, also wir gehen nicht auf Diamanten, wir gehen einfach wirklich hoffen. Ja, Eisen, schickt schon. Ja. So. Äh, kannst du mir ein paar Fackeln irgendwie runterschmeißen? Ich habe selber kaum Kohle, aber ach, hier ist noch Kohle. Ja gut, dann mach ich grad selbst welche. Kein Ding. Mach mir mal eine Nummer. Der Bursch, hier mein I, net. Ey, wie kann man das denn so schreiben? Das ist der Schmie, oder so. Oh, ich hab Eisen. Perfekt. Gut, also die Runde, sie hat Potenzial, meine frohe Idee. Das hab ich schon ganz oft gesagt. Irgendwie sag ich das immer, wenn eine Runde... Hast du? Ah, so. Glaub ich nicht. Mal gucken, ob meine Haare vernünftig liegen. Okay, so. Ah. Ah. Perfekt. Okay. Na, Buki, der muss ja schön aussehen für euch. Natürlich. Ah, Eisen. Ich wollte gerade rechts rumbauen und was ist jetzt, finde ich hier Eisen? Das Ende... Nein. Eisen und hier ist Ende der Karte, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollen, das kann ich aber... Ernsthaft? Das heißt, wir haben hier so eine richtige Scheißstelle erwischt. Aber warte mal, da... Ich kann mich da irgendwie noch zum Eisen hinbuggen, mehr oder weniger. Ah, ah, ah. Ja, perfekt. Hast du es geschafft? Durch die Wand wurde das Eisen irgendwie zu mir gedrückt. Richtig nice. Oh, Leute. Richtig nice. Richtig nice. Oh, yeah. So. Oh, Mann. Wieso ist jetzt hier Erde, ey? Ich hasse Erde. Oh, ich mag Erde. Ganz tolle. So, hier habe ich... Oh, der scheiß Rüpel lebt noch. Na, es ist Rüpel. Du bist scheiße. Ja. Du bist ein Rüpel. Dieser scheiß Rüpel. Rüpel. Du killst mich nämlich immer, Rüpel. Dieser scheiß Rüpel lebt noch. Ey, was? Dieser scheiß Rüpel, ey. Mann, ey. Ich könnte kotzen, wenn ich den sehe. Ja, also das stimmt schon. Nein, eigentlich ist er ein ganz Spielerboy. Uneigentlich nicht. Ich craft uns jetzt mal schon mal zwei Chessplates. Weil ich es kann. Oh, jetzt craft er, ey. Oh. Ich bin hier gerade so im Rage-Mode. Sorry, Rüpel. Musste sein. Ja, also jetzt ist Rüpel hier zurück, ne? Ja. Ich gucke mal. Oh, jetzt wird mir hier nach und nach was zugeworfen. Das ist mal ein Luxus hier. Ja, das ist wirklich, also man muss sich auch mal was gönnen, ne? Ja. Das stimmt natürlich. Jetzt ist es vielleicht nicht einfach mal alle Leute, die Videos von mir gucken. Also ich glaube, ShadowXBro hat mich vor der Runde angeschrieben. Kann sein, dass dein Video guckt. Du bist kacke. Rüpel, du schon, ey, du erst recht. Meister Pumpkin, Paul, du bist auch scheiße. Meister Pumpkin, der kommt mir bekannt vor. Ja, der war ja bei einem Livestream. Ist das der Herr Späsch? Genau. Oh, Junge, ich bin Beste. Ja. Beste Buki, Beste Spülern. Genau, sowieso ist das, ne? Du bist Beste Buki. Hauptsache meine Spitzhacker geht kaputt und der Gaming-Buki, der bringt mir nie was. Dann muss ich hier mir wohl selbst eine machen. Musst du jetzt einfach mal wirklich dich bewegen. Deinen dicken Arsch hier hochschwingen. Ne, ich mach mir einfach, ich hab ja noch eine Werkbank dabei gehabt und dann crafte ich hier unten eine. Oh, jetzt kommt hier Gangster-Move. Ja. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Auch das wird man hier so ein Haus sagen. Ich hab Gold gefunden. Bringt uns nicht viel. Doch, Goldäpfel. Aber unwahrscheinlich, dass wir ein Gold. Ah, gut. Ja, kommt drauf an. Wir können's versuchen. Wär schon geil. Wir sind hier unten auf Ebene 15, ey. Okay, da könnten wir mit Glück sogar Dias finden. Du kennst mein Glück, ne? Ich hab nie Glück. Wir können jetzt mal hier das Festmahl rauskosten. Wir haben ja denn genug Eisen dafür. Also gut, genug Rüstung. Ich glaub nicht so, oder? Wie viele Eisen hast du noch gefunden? Ähm, null. Ja, geil. Ich hab jetzt zwei Eisen gefunden. Scheiße. Na, hier ist noch ein bisschen was. Oh, hier ist aber gerade Eisen. Wer vom Teufel spricht. Also wir brauchen zumindest noch ne Hose, jeder. Ja, auf jeden Fall. Mindestens. Und dann würde ich's mit einem guten Team-Move, ähm, irgendwas schaffen können. Ich hab aber grad nochmal sechs Eisen gefunden. Ich hab acht Eisen. Das ist ja schon mal. Ich baue mich auf ne etwas höheren Ebene, weil da hat man einfach ne höhere Eisenwahrscheinlichkeit, glaub ich. Da hätten wir schon mal zwei Eisenhosen. Haben wir jetzt, schau mal. Ja. Und wahrscheinlich sogar noch nen Helm. Ich mach aber hier noch die Spitzhacke gerade leer, dass sie kaputt geht. Mach des. Wir wollen das halt noch ein bisschen Kohle ab, weil Kohle einfach cool ist. Nein. Kohle, 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 Kohle. Ei, Level. Ich hab auch schon zwei Level. Das ist gut. Aber interessierend tut das mich nicht. Und wo seid ihr? Ja, richtig. Jonas ist, äh, ziemlich auf Krawall gebürstet heute. Ja, absolut. Alle Kacke sind sie. Ja, beleidigt mich aufs Tiefste. Und ich vergrab mich dann immer hier unter meinem PC im Boden. Also müsst ihr wissen, da sind jetzt immer so ganz viele Löcher. Weil ich mich immer vergraben muss. Was er normalerweise in den Rücken gemacht. Also damals hatte sein Vater da sein Spielzimmer. Und dafür waren auch die Löcher da. Du bist ein Spacko. Schöne Grüße. Ich hab ne Höhle gefunden, Junge. An deinen Vater jetzt, ne? Komm ran auf den Meter hier. Mit Lava, Skeletten, alles drum und dran. Dann baue ich mal hier das ganze Lager hier ab. Und verzwackelst dich mal zu mir hier. Verzwackelst? Was ist das denn für ein Wort? Made by Satani. Ah, okay. Und ich hab einen Spawner gefunden. Oh, aber mit Skeletten voll. Ey, verreck mir hier nicht. Ich hab doch einen Eisenschild. Wieso nutze ich das nicht? Oh, jetzt brettel hier. Gegen vier, fünf. Zwei jetzt in eineinhalb. Ne, ich hatte noch sechs oder so. Oh, das ist eigentlich gerade virtuell ein Stimmelfinger. Ich sehe deinen Namen. Oh, ich hab deine Nase. Ich hab nen Sattel, Junge. Oh, lol. Wir brauchen nen Pferd. Pferderüstung. Namensschilder. Alles da. Oh, geil. Gib mir mal nen Name-Tag. Komm, lass uns ein Schwein nen Namen geben. Dann laufen wir damit einfach lang. Oh, dann sind wir echt die Bosse. So, lass mal hier ein neues Hauptquartier einrichten. Oh, dann sind wir echt cool, ey. Cool, ich seh dich grad mal. Hi. Hi, geil. Ja, lomma, Dicke. So, pack hier oben schon mal Eisen rein. Oh, wieso mach ich mir denn jetzt grad ne Werkbank? Da ist doch eine. Oh, du bist auch dumm, ey. Oh, ohne Spaß, ey. Schlag mal seiten, ey. Scheiße, scheiße, schnell. Dieser scheiß Tatani LP. Mann, 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 ey. Mann, Mann, Mann. Einfach mal wieder. Noob. N-O-B, ne? Ey, du sprüllst einfach hier am Eisen vorbei, Junge. Ja, ich bin hier, ich hatte hier grad nen Fight, Junge. Jaja. Der war schon echt übelst. Ich bräuchte auch meine Eisenspitzhacke. Ich hab keine Eisenspitzhacke. Also halt Schnauze. Oh, scheiße, wir brauchen echt mal hier mehr Eisen. Ja, generell mal so. Weil wir uns schnelleres abbauen, effektiv. Ja, okay. Ja. Oh, hier ist Eisen. Oh, ist das hell gerade hier mit der Lava. Alter, und bei mir ist gerade alles dunkel im Zimmer. Oh, schön lang. Nein, wir müssen uns cool fühlen. In der Wohnung. YouTube Money. Das ist ja auch unglaublich viel. Eigentumswohnung natürlich jetzt schon in dem Alter. Klar. Ich wohne heute nicht mal bei meinen Eltern. So wie die anderen Spackos in meinem Alter. Nee. Ich hab hier gerade eine Hose. Du hast ja schon Schuhe. Oh, ich dachte schon. Ja, ich hab mir schon Schuhe. Ja, muss ja hier direkt irgendwann Bonze machen, ne? Ich hab hier noch wieder gut Eisen gefunden. Dann lauf mich mal zurück zur... Ich hab Fackel. Was ist denn hier noch für ein Raum? Jetzt haben wir einfach beide gleichzeitig eine Fackel gesetzt. Na, Kohleabbauern bringt jetzt nur Level an dich, oder? Ist die Frage, ob wir noch was zaubern können. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt machen. Oh, jetzt hab ich die Sticks bei dir verloren. Egal. Na ja, ich bin jetzt Level 3. So ein bisschen waschen ab. Ich bin Level 5, aber ich brauch dringend Essen, also. Äh, ich hab Essen. Wir müssen... Junge. Also, wir müssen uns auch mal eine Farm oder so anlegen. Eine Farm übertreibt gleich. Oh, da ist ein Typ. Oh. Oh. Ich hab die auch im Augenwinkel so... Kommt der Fall jetzt? Oh, da ist ein... Hier ist noch mehr. Skelettchen. Skelettchen, oh, süß. Oh, ich bin ein süßer Boss. Diamante! 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 Ich hab ein Eisenspitze, also mach das ein. Oi, 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 oi. Ja, nice. Oh, hier ist noch Gold, ne? Ich hab Eisen, oi, oi. Reicht der noch wieder? Geil. Nein! Fuck! Nein, ich verbrenne. Ich verbrenne. Ich verbrenne. Ich verbrenne. Ich verbrenne. Die Lava war bei mir da nicht. Die Lava war da nicht bei mir. Die Lava war da nicht. Oh, was nu? Die Lava war da nicht. Ich bin bei mir. Jetzt sind die Diamanten weg. Ey, Junge. Jetzt sind die Dias weg. Die Lava, die war da nicht. Natürlich war die da. Du musst einfach nur... Jetzt alle mal bitte in die Kommentare. Gaming Bookie ist unfähig. Hashtag Gaming Bookie ist unfähig. Mann! Ich hab mich dabei beobachtet. Peinlich. Ja, waren das viele? Ja, viele Leute stehen hier. Oh, Mann! Vor Marsch! Oh, Mann, jetzt... Löschen den Kack! Survival Games kommt heute bei mir noch. Ja, bei mir bleibt die Runde natürlich, denn ich bin ja noch stets am Leben. Mein Facecam-Akku ist jetzt auch leer. Ach, was ist das schön. Gaming Bookie verliert. Oh, jetzt muss ich aber schnell sein hier. Und meine... Hab ich jetzt noch Eisen? Och, nö. Doch. Oh, scheiße. Zurück. Lauf, 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 lauf. Lauf in die Richtung. Genau, perfekt, perfekt. Marsch, march, 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 march. Über die Lava rüber springen, über die Lava rüber springen. Nein, es muss schneller, es muss schneller. Oh, ich seh'n... Ne, das ist ein Spektäter hier. Oh, Glück gehabt. War das hier links? Ich glaub' ja. Oh, scheiß, wenn ich jetzt falsch gelaufen bin, dann bin ich ein Noob. Ja, doch. Och, Eisen. Jetzt brauch' ich Helm. Ähm, was brauchte ich noch? Ich war plötzlich in der Lava. Was war das für ein Scheiß? Oh, das muss ich mir unbedingt mal bei dir angucken. Das kann ich dir nämlich nicht so abglauben. Ich kann dich schon gelöschen, Scheiß. Ich kann ihm nach... Ich kann... Keine Ahnung. Ach so. Ah, stimmt. Warte mal. Ich werd' jetzt einfach diese Passe... Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal jetzt. Fuck! Oh, Mann. Schnell, was essen noch? Goldenen Apfel. Ja! Hab'n gekriegt. Du schaffst nämlich nicht, den kommst zu essen. Okay, Attacke. Hä, wie bin ich denn da so... Hä? Hauptsache, du tötest Rüpel. Der nur auf dich geht, der kleine Assi. Achtung, hinter dir ist wer. Rüpel. Ja! Sauber! Wie viel Leben denn noch? Oh, nee. Das ist so ein richtiger Upsnacker einfach nur. Achtung, der kommt. Oh, richtig Assi, wie er gekämpft hat. Oh nein, nicht an der Wand. Keine Chance gegen den. Hau ab, irgendwie. Ja! Zuck mal, ich spüke, bist du schon... Ja! 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 So war ich mal eben so gewonnen. Hingegangen und gewonnen. Alter, das gibt's nicht. Boah, was ich hier noch alles hatte jetzt für Items, ey. Oh, krass. Ja, ich hab gewonnen. Dankeschön, meine Fans. Ja, es gibt... Glauben haben. Gaming-Bookie hat wirklich hart verkackt, kann einfach auch mal sein. Aber diese Lava, die war da nicht. Also, die war da schon, ich hab die gesehen. Aber ich war plötzlich in der Lava. Ohne, dass ich was gemacht habe. Jetzt kommen ja die ganzen Ausreden. Ich guck, warte, so. Ich guck mir den Scheiß jetzt an. Ich bin jetzt mit auf und ich hab das so. Zwölfte. So. Okay, er nimmt jetzt weiter. Hey, Zatani, Lippenstift-RP. Hallo, hi, Jonas und Zatani. Ach, Nienchen, grüß dich. So, so, da war das jetzt. Ja. Da war das. Da hab ich mir die Eisenstücke gemacht. Da war Lava, komm. So, da... Da war Lava, jetzt war Lava. Und da war ich da plötzlich drin. Ich lad jetzt diesen Zippel da hoch. Ich lad den Zippel hoch. Du downloadest dir den, das sind nur drei Sekunden. Der Moment, wo ich plötzlich in der Lava bin, ohne dass ich was gemacht habe. Ja, okay. Ich werd's auf jeden Fall... Das geht doch nicht, wenn ich das hier sehe. Ich hab nie's gemacht. Ey. Gämmen und Buki haben ausrasten gerade. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, aber ich würd sagen, war auf jeden Fall ne geile Folge. Ich werd's mir auf jeden Fall gleich noch angucken beim Jonas. Das ist doch lächerlich. Und... Scheiße. Du warte mal, du verlinkst es einfach, ähm, du machst da jetzt, ähm, hier, du kannst ja so, ähm, anmerken... Ist das dann nicht gelistet oder willst du das so machen? Ich hab auch nicht gelistet, das bedeutet, ich bekomm dadurch keine Klicks oder sowas, ne, ich bin jetzt hier nicht klickgeil. Lasst ein Like da. Nein. Und ich kann sagen, diese Bewegung, die dann nach rechts soll, die hab ich nicht gemacht. Und die sah auch ganz komisch aus. Und dann, Scheiße, war das! So. Ganz auf Brust erstmal rausgelassen. Okay, ähm, ja, ich verlinke euch das dann eben einfach. Und Rüppel, du bist scheiße! Oh, sowieso! Oh, Mann. Okay. Okay, bis zum nächsten Mal, wenn das heißt, survive oder survival games mit Zertani und Gaming-Bookie. Ciao! Geil, ciao!